das ist ein spiel in dem die schwerpunkte auf die entscheidung liegt die folgen all deinen taten entscheidungen wirken sie auf die welt um dich herum und deine bürger aus viele mit bedacht somit beginnt es aber wirklich unsere reise in der nähe von mount rainer washington zwei tage später dann war das bestimmt officer matthew dessen autokamera wir ganz am anfang gesehen haben no man we can't stop here we gotta keep going no pouting okay come on but but my feet really hurt these shoes suck and we've been walking for four days what only two don't even try that shit and my back hurts from sleeping under that stupid bridge yeah so does mine i was there too just knock it off hate it when you act like this this is how people camp in the woods it's not like being being in a home or or in your room this is a a real adventure right so come on let's hit the trail seriously where's dad daniel come on we gotta go why isn't dad with us sean doesn't he want to go camping too yes i told you that he can't i told you okay okay but i'm so sick of walking i just wish i was back in my room i know i know hey at least we don't have to go to school on monday right yeah look um everybody's gonna be so stoked when they find out how far you walked really really i bet dad would be too do you think we walked like maybe a hundred miles probably 200 feels like it ooh awesome pots but next time dad better give me a good pair of shoes like yours dude that bigfoot doesn't need good shoes i'd rather be a wolf ow we could be wolves yeah yeah that that works just work on that how hey you know what let's see if you can walk the whole way without complaining once huh uh like you don't whine too i don't whine i i tag your ass and run you're right no way not fair whatever okay i'm a zombie and i'm gonna eat you ever want to go like a blackpast i got some no fat no fat no fat no fat no fat no fat Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 wird alles umkippen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es sieht aber echt schön aus. Wir haben ja nicht mal Wechselklamotten mitgenommen. Ein Auto. Man, es ist so dirty. Ein Auto hier? Ich hoffe, die Fahrer nicht hier sehen. Ich sehe ein paar... Was findest du? Check es raus! Es ist ein Chunky Choco Chris Bar! Auf dem Dashboard! Ja, ich sehe es. Ich weiß, ich liebe Choco Chris Bars. Ich habe eine in ein Millionen Jahren. Ja, genau. Mehr als zwei Tage vor. Schöne, können wir bitte, 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 bitte get one when we stop next, bitte? Schöne, bitte? Really? I would. This is for a good cause. Oh, almost. I got it. Yes! Boom. Choco Crisp is ours. Now we have dessert. Come on, let's beat it. Welcome to Nowhere Washington. Now we can see where we are. Cool. There's a river nearby. A river? Are we gonna go swimming? No. Duh. It's way too cold for your skinny butt. Okay. I don't know, I guess they missed that car. What if the owners come after us for the Choco Crisp? And they're hunters! You're too little to hunt. We're cool. Nice. There must have been a big ass storm. Ooh, landslide. Doesn't sound good. Should be fine. Also, Erdrod und Bären. Okay, wir stellen uns jeder Gefahr. Warum nicht? Wir werden es schon überleben. Daniel. Check out this mark on the tree. What is that? Graffiti? Not exactly. It's called a trailblaze. And people used to put them up to give directions. Like GPS? Yeah, sure. Just slightly more ancient. Awesome! Let's follow it. If only Dad was here. How? No reception in this shithole. Hm. Dreimal die fünf, ne? Merken wir uns das. I hope we don't get lost. Like anybody's gonna pay in the middle of nowhere. Geld wächst nicht auf Bäumen. Bitte unterstützen Sie Ihren Park. Drei Dollar pro Fahrzeug, pro Tag. Mhm. Kasse des Vertrauens funktioniert leider nicht immer. So. Muss noch einer aufs Klo? Wir kriegen den was. Man. People don't even read the signs. Diese Toilette ist keine Jauchegrube. Werfen Sie keinen Müll, Flaschen, Tabak oder Windeln hinein. Bitte respektieren Sie den Park und hinterlassen Sie alles sauber. Vielen Dank. Schön. Okay, dude. You have to use the bathroom? No. It smells real bad. No shit. Seriously. You better go now. I don't have to go. Geez. Can I just pee on a tree? As long as you don't mind the poison ivy on your balls. Uh. Well. Maybe I'll go. But don't let me get stuck in there. Don't worry. I'll call the forest plumbers if you fall in. Ugh. Yuck. This is disgusting. Naja, lieber so als die Primus-Variante. So gross? These are worse than the ones at school. Especially after you use it. Sean? Ja? Uh. Look how big these trees are. Eh. That's only because they need the sun. Besides, they'll protect us from the rain. What if they don't? What if they... Attack us? Um. Aren't you Mr. Minecraft? I thought you loved the forest. I watched you build giant cities out of logs. I did. I built the biggest cities ever. Ooh. Dad always knew exactly where to go. He was a living compass. Hoosh. What the hell? The forest... It said what? What the hell is this? What the hell is this? What the hell is this? Ich höre das Wasser aber schon. Hm. Hm. Da unten ist er. You're no fine. Not today, I'm not. Sorry. Not today. How am I gonna tell him that I bet nobody knows what they mean anymore? What does that one say? Daniel, come check this out. What? What? Be quiet. He'll take off. Ooh. Raccoon. He's so cute. Huh. That raccoon will tear us apart. Let's go, bro. Here, kitty kitty. Here, kitty kitty. Aw. That raccoon must be starving. Raccoons are way smarter than us. He'll find more food. Da is'a. What if the raccoon came with us? He could be our pet. Man. Raccoons are not a pet. You ever see their claws? Yeah. But this one lights me. Until you run out of food. Let it go, Daniel. Ich hoffe, wir sind hier richtig. That's one big tree. Mhm. Ich habe die Befürchtung. Ich habe mich verlaufen. Im Wald. Hm. Kann ja mal passieren, ne? Ich bin, glaube ich, dezen zu weit vorgerannt. Ich fühle mich gross. Ich liebe dieses Ort. Oh, Mann. Du bist okay? Nein. Ich liebe dieses Ort. Ich will nicht hier bleiben. Ich weiß, Daniel. Ich verstehe. Ich hoffe, wir werden hier nicht lange sein. Ich versuche. Sean. Ich bin zufrieden. Wir müssen zuhause gehen? Nein. Ich bin zufrieden. Plus, der Sonne geht runter. Also, wir müssen uns einen Campingplatz finden. Ist das cool mit dir? Gerade so. Wir sind eigentlich schon an echt schönen Stellen vorbeigelaufen. Ja, du lügst ja auch einen Ast ab. Da hinter uns? Ja, aber... sehr gemächlich. Wir können uns aber ein großes XXL-Nest bauen. Wir können uns aber auch ein großes Problem haben. Ähm... Das ist ziemlich hoch. Ich bin mir schockt. Komm her. Ich habe dich. Ich bin mir ein Problem. Siehst du aus, als wären wir am Fluss. Hä? Meinte der jetzt echt ernsthaften Klicker von... Ja, meinte er. Gruseliger Pilz. Sieht wirklich aber aus wie einer Klickensfunklicker. Das sieht halt wirklich so aus. Witzig. Der Weg würde auch noch drumherum führen. Wo ist er hin? Hä? Ist er schon runtergerannt? Wo ist er hin? Ich glaube, ich habe meinen Bruder verloren. Ruf mal einer, die 5-5-5. War doch hier der Notruf für den Wald. Ist er jetzt einfach schon runter? Oder? Oh Gott. Du Idiot. Ich habe dich gesucht. Er erinnert mich dezent an Captain Spirit. Ich weiß nicht warum. Er hat auch so diesen Entdeckerdrang. Keine Ahnung. Wir müssen nachdenken. Wir müssen nachdenken für Skeletons. Und Zombies. Wir müssen nachdenken. Wir müssen nachdenken. in da. Ich weiß nicht. Komm mal, Daniel. Schau mal. Das könnte sein... ...our secret base. Wir könnten mit allen Skeletons oder Creepern mit ein paar guten Trappen. Cool. In diesem Fall, wir brauchen definitiv ein Feuer zuerst. Right? Right! Ja! Uh... So, was wir brauchen? Hmm... Okay. Ich brauche dich zu bauen, um alle diese... Creepern, und... was auch immer. Und ich werde... ...einander finden die Bäume. Entschuldigung? Ja! Ich kann die Trappen auch. Nichts werden wir uns. Cool, Mann. Ich weiß. Okay. Let's unpack. Finally. Und ich habe die Chips mitgenommen. Ich bereue es gerade. Aber die Decke ist groß genug. Wir haben vor allem nur eine mitgenommen. Aber wir haben zu Glück die Limo mitgenommen. Das ist schon mal... ...besser als das Bier. Schließereien Süd-Sieettel. Schließereien Süd-Sieettel. Schließereien Süd-Sieettel. Ich hoffe es Chips. Hoffentlich brennt das. Let's see... Here's a good spot. Ui... Na, wenn das mal die Creepern nicht fernhält, dann weiß ich auch nicht. Da macht er sich schon echt Gedanken. Ja, im Real Life gibt es kein Redstone. Tja, wir können uns ja mal ein bisschen umsehen. Noch mehr Holz. Ja, das eingeschwammte Holz ist gar nicht so schlecht eigentlich für unser Feuer. Noch einer. Aber hier ist da noch einer gewesen. Ich hab grad noch einen gesehen. War hier nicht irgendwo noch einer? Ach, egal. Wir haben genug, glaube ich. Hoffe ich. Ja, wir basteln. Da ist aber jetzt ein bisschen abgelenkt. In der Hoffnung, er lässt uns noch einen Eingang da. Ja. Hey, this isn't too bad. I guess Daniel can chill a little. Hey, can you give me a hand? Gut. gut. Und hör hoch. Das kann dauern. Oh, noch bergauf. Hm, ich geh mal lieber mit. Nicht, dass der Typ dann noch mit seinen Flausenkopf auf dumme Gedanken kommt. Es sieht aber gerade echt schön aus. Können wir mitspielen? Hm. Ich beobachte. Ach, wir müssen am Stückchen noch hier. Ist er das jetzt gemalt? Oh mein Gott. Ich hab hier schon wieder so viele Ausrufezeichen. Wir haben keinen Empfang und fast kein Akku mehr. Okay, dann sollten wir das vielleicht nicht tun. Okay. Fuck, fuck, fuck. Absoluter Albtraum. Keine Ahnung, was passiert ist. Alles ist verschwommen. Brett und ich haben uns geprügelt. Dann kam der Polizist aus dem Nichts und dann war Papa da und hat versucht zu... 29. Oktober. Nur 30, 30 übrig. Brauchen Essen, Kleidung, Versteck. Wo? Ich muss weiterzeichnen, damit ich nicht durchdrehe. Oh, wir haben sogar eine Karte. Mhm. In den Wäldern. Okay. Schau ins Rucksack anpassen. Einige Andenken können zur Individualisierung von Schau ins Rucksack benutzt werden. Cool Sache. Andenken, die zur Individualisierung benutzt werden können, sind mit einem Symbol versehen. Es gibt zwei Arten von Andenken für die Individualisierung. Patches und Anhänger. Um ein Andenken an deinen Rucksack anzubringen oder zu entfernen, wähle es aus und drücke A. Ich drücke A. Ich, äh, drücke A. Aber ich kann... Achso, das A, ne? Ne. Äh, okay. Ich will noch nicht. Können wir noch mal zeichnen? Achso, weil wir die auch noch nicht freigeschaltet haben. Warte. Cool. I think I'm ready to draw this. Ah. So, funktioniert das. Jetzt weiß ich, wie's geht. Das könnte ein bisschen dauern. Das könnte ein bisschen dauern. Ach, ja. Mach das jetzt die nächste Ebene? Cool. I think I'm ready to draw this. Er macht's richtig. Er macht halt Ebene für Ebene so. Oh, wie cool. Ich wünsch, ich könnte sowas auch. Müsst du das eigentlich haben? Oh nein, hier unten wäre er noch... Ah, wie... Ah, ich bin voll neidisch. Purer Neid. Hm. Hm. Pretty good. But I can add more details if I want. Okay. Got it. Bin schon dabei. Mach das fertig hier. Das sieht so cool aus. Gizzenhaft freigeschaltet. Okay, wo rind unser kleiner Bruder jetzt schon wieder hin? Ach, immer muss man auf ihn aufpassen. Aber ich kämpfe auf den Baum, nicht du. Das Licht wird dich verbrüben. Du bist nicht Spaß, Sean. Du weißt, du bist größer als ich. Das ist nicht fair. Viel verderber. Hm. Also noch mehr kann ich irgendwann nicht mehr ran. Ja, du schreienst, wenn du den Plastikspider sahst. Hm. So lustig. Ja, haha. Zumindest werden sie uns heute Abend nicht verbraten. Ich bin in einem Web wie so, als ich ein Kind war. Ew. Okay. Die Sonne geht langsam unter. Eigentlich sind die halt wirklich an einem wunderschönen Platz gelandet. Hm, ein bisschen früh, aber ich kann ja schon mal vorglühen. Mal schauen, Sean. Woah. Nice view. You can see so far. No. Come on down. We gotta eat. No. We gotta eat. Er chillt. Eigentlich echt idyllisch. Hm. Hm. Das ist gut. Sorry. I wanted to do it like a movie. Oh, nice. It's warming up. Somit haben wir schon mal ein Lagerfeuer. Have a year. That was me. Das war ja. Die Ha%-A-A-A-A-A. Und aber das war ja. Das war ja.